Willkommen zurück zu Nier Automata. Ich habe versucht etwas umzustellen. Ich hatte mir so gedacht nach... wievierte Folge ist das jetzt? Ich glaube die 13. Bin mir gerade nicht sicher. Du könntest mal mit OBS versuchen aufzunehmen. Vielleicht geht es da besser ohne Schwarzrand. Geiles Deutsch. Es hat funktioniert. Ja, aber das Bild sah regelrecht scheiß aus. Als würdest du gerade Tetris spielen. Und damit habe ich das sehr schnell wieder verworfen. Ich nehme es jetzt wieder mit dem alten Programm auf. Habe jetzt Vollbild ausgeschalten. Ich habe Fenstermodus an. Mal gucken, ob ich das hier so zurechtstellen kann, dass man den oberen weißen Rand nicht sieht. Aber ich denke mal das dürfte machbar sein. Hoffe ich zumindest. Gut, wir waren ja das letzte Mal hier stehen geblieben, wo diese zwei Maschinen aufgetaucht sind. Und jetzt schauen wir uns das erstmal an. Beziehungsweise bekämpfen die. Die Frau ist gut, dass ich überlebe. Irgendwie höre ich die bloß im Hintergrund reden. Ich würde gerade sagen, ich glaube ich muss da noch mal was umstellen vom Sound her. Ja, da muss ich wohl erstmal warten. Weil das ist so regelrecht dumpf. Du, ich bin... Hä? Kann ich ihn noch töten? Was? Wir fahren? Mein Name ist Adam. Die Aliens, die du suchen hast, sind nicht mehr hier. Sie wurden seit Jahrzehunderte verbrannt. Von uns, die Maschinen. Und wer weiß? Vielleicht werden wir die Androiden verbraten. Was ist fertig? Was ist das? 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 Was? Was ist das? Das ist das für mich? Oh, es gibt es keine Bedürf Manchiner an. Sie sind einfach. Infantil. Wie? Wie? Warum das? Denn sie sind ein Enigma. Sie töten unkündigte Niemöhe von ihrem Kind. Und sie lieben sich in gleichem Ausdruck. Es ist faszinierend, nicht wahr? Was könnte so ein Verhältnis führen? Wir haben uns selbst verabschiedet, um dieses Mittel der Menschheit zu verabschieden. Und jetzt? Nahkampf plus Nahabwehr, ja, verwenden, bitte, danke, schön. Fähigkeitssalbe, 2.000 Ausfluggerät, Fähigkeitsleiste, pfff, keine Ahnung. Äh. Wir brauchen Sie, um die Menschen auf dem Mond zu befinden und sie zu uns bringen. Wir werden sie dann entzündet und animieren. In order to drag their secrets forth into the light. Surely, Sie sehen die Attraction in diesem. Bist du verrückt? Mache ich's gerade richtig? Ich weiß auch nicht. AAAAAAAH! In Hüttenränge rein. Diesen Mann sind Walkers. Well. Ich denke, das kann die Negotiations. Die einzige restliche Option ist, um dich zu zerstören. Oh, ne, Stufe. Schön. Uh, wir haben überlebt. Die Zeit wird knapp. Dieses Jahr, das ist der Fall, der unsere Kreaturen befest. Was? Ich habe jetzt zu langsam gelesen. Verdammt. Die Aliens waren bereits tot. Und dann stehst du im Regen. Ähm, den Erfolg, den wird man jetzt wahrscheinlich unten nicht ganz sehen können, falls sich es so... Oh, ich habe okay, volles Leben. Ähm, falls sich es so schneiden sollte, dass man halt, wie gesagt, den bohrenweißen Rand nicht sieht. So, haben wir hier hinten noch irgendwas zu liegen? Nein. Sieht gut aus. Ich würde aber gerne mal wissen, wo ich überhaupt hin muss. Muss ich jetzt wieder hoch, runter, links, rechts, wo, zurück? Da geht's nicht... da lang. Ne, also muss ich hier durch. Ich nehme es jetzt einfach mal an. Ah, sag ich doch. Wieder hier lang zurück. Ja, bin ich gut. Ähm, System. Jetzt muss ich nochmal schauen hier wegen dem Sound. Einstellungen. Da, Sound. Musiklautsch, blablabla. Audioausgang, Auto. 5.1. Ja, Stereo. Warum hat sich das umgeschalten? Da müsste ich jetzt normalerweise wieder alles verstehen. Wenn jetzt so eine Zwischensekrenz kommen sollte. Uh, nice. Okay. Äh. Ich liebe ihn. Ich kann los. Hier lange laufen wir schon. Vielleicht kommen wir irgendwo. Ah, alles klar. Hier kommen wir. Ne. Haben wir keinen Zutritt. Alles klar. Ah, jetzt wird uns auch das große Fieck da angezeigt auf der Map. Schöne Sache. Ohne, die sind hier nicht wieder so eine Drillmonster. Die waren richtig hässlich. Oh, Speicherpunkt. Ich liebe es. Ich hätte gern gespeichert. Ich hätte gern gespeichert. Ah, werfen. Was? Ich will nicht angeln. Warum will ich angeln? Ich möchte... Speichern. Dann würde ich wohl erstmal mit dir reden müssen. Mit Knallkopf. Hey, was geht ab? Ihr Commander hat mir gesagt, dass ich einen neuen Akzesspunkt bauen kann. Also... Hier geht's. Oh, und ich habe den schlussischen Transporte auch. Und ich habe ihn auch noch mit dir gewonnen. Um... Danke? Ich habe den Kommandern schon seit einem Zeitpunkt kennengelernt. Sie ist sicher sehr gut für die Arbeit auf die Leute. Die nächste Woche du siehst du sie, gib mir etwas Lippe für mich, würde ich? So, das hat jetzt einen Transporter, oder? Ansonsten, Transporter sind ziemlich handig. Sie sind viel schneller als Flugzeuge, wenn es um die Welt zu reisen zwischen der Erde und dem Bunker geht. Flugzeuge lassen uns auch öfter, um zu attacken. Und sie sind auch schwer, um zu operieren. Ach, irgendwas werd ich gerade hier. Ich weiß es bloß nicht mehr. Verdammt! Äh, boah, ich geh einfach mal nach oben. Uh, ich bin so richtig rum. Anders wär bestimmt auch schlecht. So, darf ich jetzt hier einfach so hoch? Nein? Ah ja, die gibt's ja auch noch. Die hab ich ganz vergessen. Ah, lass mich bloß in Ruhe. Ah, Stufe 16 erfüllt. Wenn dann sonst nichts zu tun hat. Ja, genau. Das Ding macht einen Schaden. Ich weiß nicht mal wie. Ah! Schnell weg. Ja, das Einzige, was ich machen kann, ist so angreifen. Ja! Ja! Ich bin ausgewischt und erfolgreich. Wohlgemerkt. Oh, ich finde jetzt ein bisschen was, wo auch viel fehlst. Ist so gut. Oh, nice. Einheitendaten werden aktualisiert. Da hinten gibt es noch so eine Schraubengedönsdinger. Die brauchen wir jetzt nicht. Was sollen wir überhaupt machen? Ich habe es vergessen. Aufgaben. Aktive Aufgaben. Drones, bombing, galangolie, verlorenes Mädchen. Ein Roboter mit einer Ausstrahlung. Ja gut, das haben wir ja schon. Muss ich jetzt doch nochmal runter? Ich will nicht. Ich war doch gerade da unten. Ach, komm. Huch. Gibt der Fallschirm. Irgendwas muss ich hier machen. Ich glaube Transport verwenden. Oh, nice. Jetzt kann ich endlich mal Schnellreise machen. Das ist genau das, was wir letztens hatten. Wo ich meinte... Da musst du hin. Aber es geht nicht. Ja. Aktueller Standort ist mir klar. Können wir noch irgendwie ranzoomen? Ja, hier. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wir können ja mal in die Wüste gehen. Halt, schnell speichern wollte ich nicht. In die Wüste. Mit diesem verschollenen Mädchen. Da, Wüstenregion Mitte. Ja, bitte. Schlafenzeit. Sieht aus wie ein Frissautomat. Außen Pfui in Hui oder wie? So sah es jetzt für mich aus. Bis auf das moderne Ding, was in dem Rebellenlager natürlich steht. Das ist wieder was anderes. Das sieht schon eher so... eher mäßig aus. Hi. Pascal? Ist das du? 9S? Ja, das ist ich. Viele Entschuldige für die ständige Transmission. I heard that you were searching for the missing child, yes? Well, if you would, please consider this a personal request for myself as well. Go find the child as quickly as you can. She's such a good little girl. And so fond of her sister. She's probably somewhere around the desert at the moment. That's where she's likely to find the Denton plate her sister needs. Got it. Thank you so much. And please be careful, alright? Ja, ja. Oh, erst mal eine Karte. Karte sagt dort lang. Glaub ich. Ja, da hinten. Uh, wir können wieder sliden. Oh, nur abwärts. Aufwärts ist schlecht. Yeah. Am liebsten mag ich ja das, wo richtig die Dünen so hoch sind, so wie hier vorne. Ganz nämlich schön bergab. Haben wir hier so ein Mädchen irgendwo? Ich weiß es ja nicht, keine Ahnung. Was liegt hier rum? Hier liegt was. Is this a pod? Hypothesis. The owner discarded this pod and left it in safe mode. Modus unknown. I can't. Why was it abandoned? Pod, reactivate it for me. If it's usable, try to overwrite the original owner with my ID. Oh, nice. Activation complete. Access granted. Previous owner ID successfully overwritten. Special weaponry now available. Aha. Rakete. Uh, was? Yeah, no, nice. Ah, okay. Laser bleibt. Also bestehen ist halt nur, dass man einen zweiten Pod hat. Aber ich mag den hier mit dem Schnellfeuer lieber. So, jetzt muss ich trotzdem nochmal auf die Karte gucken. Äh, Standort halt da. Dorthin soll man. Verlorenes Mädchen. Das heißt gerade irgendwas. In diese Richtung. Es kommt ein Sandstrom auf. Uh, bergab. Uh, schön. Schloss mit Löstig. Weiter geht's. Uh, oder auch nicht. Uh, links sind ein Haufen Bots. Ja, mir kommt der Sache schon näher. So, ich mag. Oder? Irgendwie knurrt mir der Magen. Ich hab Hunger. Ich hab sogar, glaub ich, noch ein Brot in meiner Brotbüchse. Das wär eine Idee. So. Hier muss das verlorene Mädchen sein. Hm, Technikbuch erhalten. Bestimmt hilfreich sein. Oh, da ist er. So. Mann. Die sieht aber aus. Hallöchen. Bist du die Maschine, die ich hier draußen nach einem Ersatz zersuche? Hä? Wer seid ihr denn? Deine Schwester hat uns gewählt, dich zu suchen. Hat sie? Echt? Echt? Was meinst du also? Sollen wir dich nach Hause bringen? Waaah. Ich hatte solche Angst. Yeah. Oh, jetzt sagt mir nicht, dass es eine Escort-Quest hier. Oh. Oh, komm mal jetzt. Nicht schreien. Können wir auch weinen? Yeah. She'll be happy, right? I'm sure she will. But I bet she'll be even happier to see you back home, safe and sound. Okay. Weil wenn das eine Escort-Quest ist, ist es ziemlich lang. Woot. Woot. Hey, mister. Wann den Weg der Desert? No one made the desert. It's just an area that lost all its vegetation due to a lack of precipitation. This caused lasting changes in the soil, which means plants aren't able to... What's soil? Soil? Uh, it's dirt. Ground. The stuff we're walking on? Ich mag Bogen. Oh. Yeah, ich hab dich. Nichts da. Uh, das ist ein großer Affair mit dem. Du, fahr ich dir aus, der Hund? Ah, du Squid. Oder muss ich die Alte jetzt bis zum Teleporter da bringen? Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sollte das jetzt länger dauern hier mit der Folge, würde ich sagen, dass ich das Offline fertig mache. Das ist nicht mega. Richtig, ja, Einstellung. Schön, ja, ja. Oh, das war knapp. Jetzt hat er uns beide wieder in die Uhr gesammelt hier. Das war eindeutig Lackschott. Verbeulte Platte. Eine aufs Maul bekommen. Das macht mal, wo will denn die hin? Oh. Hey, Mister. How do you make children? Um. Well, machines can't really make children. Neither can androids, now that I think about it. Yeah, but how do you make them? Uh, 2B? A little help here? Oh, you're the chatty one. Work it out. Ja, immer schön der Frage ausweichen. Das ist wie beim Klingeln. Okay, was rum? Äh, Wärm. Na super. Oh, fuck. Hätte ich mal liegen gelassen. Komm, 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 komm. Lass doch mal die Dame in Ruhe. Oh, krass. Ich tue irgendwas gerade mir gerade. Ich weiß nicht, wie. Oder, äh, ja. Uh, ist doch gleich tot, dass du ihn kam. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist aber Schluss hier am Mitlustigen. Ui. Ich schiebe den einfach weg. 115... Äh, 110... Nee, 510 Gold erhalten. Heilig. Prrr, Makrela. Hey, wie geht's? Ach, die beobachtet mich sogar, wenn ich um die rumloge. Na, das ist ja cool. Hm, theoretisch muss ich Schluss machen. Ich bin schon wieder am Ende. Ja. Warum mache ich überhaupt Schluss? Zu Anfang habe ich einfach gecuttet und, äh, ist gut. Dann mache ich jetzt hier einfach was so. Ja, geh, geh. Knurrige Lady. Oh, rosa Schleifer. Tschüss. 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 Tschüss.